Moin! In diesem Video geht es um die verschiedenen Fenster- und Türenarten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch bei der Bemusterung. So schön es auch ist, dass man ganz doll rausgucken kann. Vielleicht möchte der eine oder andere nicht das andere reingucken. Deswegen gehe ich auch darauf ein, was wir getan haben dafür, dass wir ein bisschen Sichtschutz haben. Tja, fangen wir an mit der Haustür. Da gibt es nicht so viel zu sagen, außer dass hier zwei Monate nach Übergabe immer noch der Griff fehlt. Aber sei es drum. Vielleicht kommt der Fenster- und Türenbauer ja irgendwann nochmal vorbei. Die Nebenangangstür, ihr werdet sehen, oh sie ist weiß. Ja, das hat einen speziellen Grund. Da soll eine Garage hin. Die kommt aber auch später. So, die Türen waren eigentlich selbsterklärend. Im Esszimmer haben wir uns statt bodentiefer Fenster zum Aufmachen für eine Schiebetür entschieden. Die hat keine Komfortschwelle. Das heißt, wir müssen immer noch ein Stück weit den Fuß heben, um nicht über diese Schwelle zu stolpern. Aber ehrlich gesagt ist das nicht der Rede wert, weil wie man hier sieht, muss man sowieso einmal drüber steigen. Und das ganze Ding ist nicht wirklich nennenswert hoch. Uns stört es nicht. Und es war auf jeden Fall keine 2.000, 3.000 Euro mehr preiswert aus unserer Sicht. Was wir sonst sehr häufig haben, auch im Esszimmer, Wohnzimmer, Küchenbereich, sind diese Doppelflügeltüren. Die sind einfach zum Aufmachen. In die Anschlagseite konnte man sich jeweils auswählen. Wenn sie zu beiden Seiten links, rechts zu öffnen sind, dann haben sie keinen Mittelraum, was sehr schön ist, weil man dann einen großen Ausgang hat. Das heißt, man kann das zweite Element, das ist nicht feststehend, sondern man kann das über so einen Haken, der in dem Rahmen, in dem Fenster oder Türrahmen ist, seht ihr hier, den kann man runterklappen und dadurch kann man das aufmachen und entriegeln. Und genau so geht das wieder zurück und wird wieder verriegelt, sodass es feststeht. Genauso läuft es bei den Fenstern, das ist jetzt hier in einem Kinderzimmer. Ich kann beide Flügel aufmachen und auch hier habe ich keinen störenden Mittelraum. Die unteren Elemente sind feststehend, das nennt man Kämpferfenster und die kann man eben nicht bewegen. Das gleiche gilt auch für den rechten Flügel dieses Fensters, weil den kann man auch nur auf und zu machen, aber nicht auf Kippstellen zum Beispiel. Und das heißt, genauso wie ihr das gerade bei den bodentiefen Fenstern gesehen habt, gibt es eben diesen Hebel. Wenn man sagt, man steht da jetzt nicht so drauf auf diese Unterlichter, die man nicht bewegen kann, die man auch nicht aufmachen kann, bleibt eigentlich nur die Variante bodentiefes Fenster und französischer Balkon davor. Abgerundet wird unsere Fenstervielfalt durch ein wunderbar großes Dachfenster. Das hält ganz toll den Regen ab und wenn es mal nicht regnet, dann kann man das sogar aufmachen, auch wenn man nicht drankommt, denn das geht komplett elektrisch auf und zu. Dauert ein bisschen und so kann man auf jeden Fall schön rausgucken. Da muss man sich übrigens keine Sorgen machen, wenn es mal regnet, dass das Ding aufsteht. Das hat einen eingebauten Regensensor, der kommt ab Werk mit und so geht das Fenster dann automatisch beim ersten Tropfen direkt wieder zu. Tja, was tun wir also in Sachen Sichtschutz? Wir haben da mehrere Lösungen. Schauen wir uns erstmal innen um. Wir haben im Treppenhaus direkt ab Werk Fenster mit Milchglas bestellt. Also es nennt sich Ornamentglas und da kann man ganz tolle lustige Muster reinmachen. Wir haben uns einfach für eine sehr unifarbene Geschichte entschieden. Ist halt das Treppenhaus. Der gleiche Effekt ist hier im Badezimmer zu sehen. Das ist allerdings nicht ab Werk im Fenster drin, sondern das ist einfach statische Folie. Die habe ich aus dem Baumarkt und das hat original zehn Minuten gedauert, das Ganze anzubringen. Lässt sich auch wieder ablösen, ist also keine Klebefolie. Und wenn man genau hingucken würde, sind die Ränder jetzt nicht ganz so sauber verklebt. Aber der Zweck ist ja auf jeden Fall erfüllt und das ist die Hauptsache. Wo wir dann doch ab und zu mal einen Blick rauswerfen möchten, ist aus dem Fenster im Gästebad. Und ihr seht es, wir haben leider keinen unverbauten Blick in die Natur und jedes Mal die Rollläden runterzulassen, wenn man im Bad ist, ist auch keine Lösung. Deswegen haben wir uns hier für Plissés entschieden und die wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Schütte und angeblich kann man die in einer Minute montieren. Wenn man das schon mal gemacht hat. Die ganzen zehn Minuten meines ersten Aufbauversuchs erspare ich euch, denn das war nicht besonders erfolgreich. Hier seht ihr Versuch zwei oder vielleicht auch Versuch drei. Es ist tatsächlich nicht viel Arbeit, wenn man dann weiß, wie es geht und auch sich nicht verhellert in der Schnur, die da um das verschlossene Plissé rumgewickelt ist. Man kann die Plissés auf Maß bestellen. Wir haben viele verschiedene Fenstergrößen, die haben viele verschiedene Anbringungsarten. Ich habe mich hier für Clips entschieden. Die clippt man einfach, wie gesagt, oben und unten an den Fensterrahmen und dann fädelt man dieses Ding da ein, was ihr hier gerade seht. Wenn man vorher einen Kampf mit diesen Schnüren hatte und nicht wusste, wie man die von dem Plissé runterkriegt, dann muss man gegebenenfalls auch noch nachstellen, so wie ich. Ansonsten ist das echt eine Sache, die super einfach und super schnell geht. Das kann man hier im Zeitraffer auch noch sehen. Beim zweiten Versuch an einer anderen Tür, an unserer Nebeneingangstür, die ich gerade schon gezeigt hatte, habe ich mich nicht mehr so angestellt wie beim ersten Mal. Da gab es aber auch eine andere Befestigungsart, und zwar mussten wir die Halter hier ankleben. Ihr seht, verglichen mit den Clips gerade, die oben und unten jeweils auf dem Fensterrahmen drauf saßen, wäre das hier nicht gegangen, weil eben die Tür über den Boden schleift und die Clips dann nicht gehalten hätten. Also ankleben war die Lösung. Ihr seht, auf diese kleinen vorstehenden Nupsis schiebt man dann einfach die Halter von den Plissés drauf. Das war relativ easy und es musste auch nichts nachjustiert werden, weil ich diesmal gecheckt habe, wie man das Ding entheddert. Wir sind echt sehr zufrieden, vor allem weil wir das ganze Krümpel draußen nicht mehr sehen müssen, wenn wir uns dran bewegen und uns andersherum keiner mehr so leicht reingucken kann, gerade weil diese Tür einfach komplett verglast ist. Und natürlich steht sie hinterher oder geht sie hinterher in die Garage auf, aber solange da noch keine Garage ist, freuen wir uns über den Sichtschutz. Werft auch gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung, da gibt es nämlich aktuell einen Rabattcode für eben diese Plissés. Für die Kinderzimmer wiederum hat sich beides nicht so richtig angeboten. Wieder Milchglas, dann können Sie nicht draus gucken, weil die Datsi sind noch zu klein und Plissés sind auch keine richtig tolle Lösung, weil da spielt man wirklich gerne mit dran rum. Also haben wir uns in den Kinderzimmern für Vorhänge entschieden. Eigentlich hätte ich gerne Schienen an der Decke befestigt, das ging aber wegen der Schräge nicht, also haben wir uns für Wandbefestigung entschieden und 2,20 Meter Länge passt prima für die Fibrokhäuser. Ja und zuletzt zeige ich euch das noch von außen. Ihr habt hier gerade schon gesehen, Rollläden haben wir einfach zur Verschattung und damit es im Sommer nicht so knülle warm wird. Und außerdem haben wir uns hier Raphstores gegönnt, das geht zur Terrasse raus, das Wohnzimmer und das Esszimmer. So, das war es auch schon wieder. Vielleicht lässt sich jetzt erahnen, warum so eine Bemusterung nicht ganz trivial ist und warum man sich da gut drauf vorbereiten sollte. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und den Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video.